Heute schauen wir uns sechs richtig geile Mods in Star Wars Jedi Survivor an und wir beginnen mit einem wahren Klassiker. General Grievous joint dem Kampf und der sieht ja richtig richtig gut aus. Ich frage mich gerade, woher haben sie das Modell denn eigentlich her? Das sieht einfach viel zu gut aus dafür. Guck mal, was da für Details drin sind teils. Super. Okay, kämpfen können wir natürlich auch. Wenn der läuft. Okay, das sieht ein bisschen, das sieht ein bisschen weird aus. Oh, das sieht so cool aus, wenn er damit würbelt. Das ist ja super, ey. Das ist mal ein richtig schöner Finisher. Hello there. Machen wir mal das hier mit ihm. Alter. Ja, Mann, wenn der das so wirbelt, das ist so geil. Was ja natürlich auch an Quatsch geht, ist, dass wir sowas machen, ne? Oh mein Gott, nein. Das ist auch super. Können wir natürlich auch einfach schweben lassen. Oh mein Gott. Das sieht ja so geil aus. Jetzt wird gefinisht. Es ist super. Der fliegende Grievous gefällt mir richtig gut. Der gefällt mir viel zu gut, glaube ich. Und weg hier. Jetzt nochmal so. Der menschliche Grievous. Der sieht so bescheuert aus. Ey, der sieht so weird aus. Guckt den euch an. Wie komisch der aussieht. Das sieht einfach... Das ist richtig muskulös auch, der menschliche Grievous. Okay, genug von ihm. Schauen wir uns den nächsten an. Der Manu. Warum ist denn der so viel kleiner? Hallo, ich bin der kleine Manu. Das ist super. Das sieht so billig aus. Ich kann mir nicht alles leisten. Eska ist teuer. Geil. Oh ja, hier. Das sieht cool aus. Guck mal, wie der strahlt. Ist ja super cool. Hallo. Verdammter Mist. Nein, lass den Manu in Ruhe. Beim Manu haben wir natürlich die Knarre dabei, Leute. Was denn auch sonst, ne? Was denn auch sonst? Knarre und Darksaber. So muss es laufen. Der Muffer ja eben total Manu-mäßig. Jetzt machen wir einen Finisher. Jawohl. Oh, ho, ho, ho. Ja. Ein Füchern. Alter. Er hat gar keine Knarre in der Hand. Huch. Fingerpistole. Äußerst mandalorianisch. Das gleiche haben wir natürlich auch nochmal mit der wunderbaren Bo-Katan. Also ich weiß nicht, woher sie die Modelle nehmen. Sie sehen auf jeden Fall fantastisch aus. Sie sehen echt gut aus. Ach so, bei ihr können wir jetzt natürlich auch die Parts umändern. Beispielsweise auch den Helm wegnehmen. Oh, guck mal, da hat man sogar den Kopf von ihr reingemacht. Boah, warte mal. Was? Wir können nur den Kopf wegnehmen? Das hat er nicht. Das hat er nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht. So, und sie natürlich auch unterwegs mit dem guten alten Darksaber. Das sieht auch cool aus. Das ist nicht perfekt, ne? Ich weiß, aber es sieht trotzdem cool aus. Weiter, weiter, weiter. Natürlich auch mit der Knarre. Der gute alte Blaster muss sein. Ja, Mann. Sie hat ja wenigstens den Blaster dabei, im Gegensatz zum Mando. Okay, come on. Nächster Charakter. Oh, Darth Malgus. Der ist auch schon wieder deutlich größer. Aber der darf nur eine Klinge haben. Ah, nicht das Darksaber. Und der ist natürlich bekannt aus Star Wars The Old Republic. Oh, ihm können wir auch mal richtig gut und passen die dunkle Seite der Macht nutzen. Hallo, Leute. Das ist so cool. Die dunkle Seite passt natürlich absolut zu ihm. Wie der die wegfetzt. Und dann streicht er sich nochmal über seine Glatze. Nächste Reihe. Und ebenfalls ein Sith Lord. Darth Vader. Ohne Umhang sieht der irgendwie ein bisschen komisch aus. Kann ich den noch dazu anmachen irgendwie? Cape. Jawohl. Das heißt, der Bodyshape. Huch. Mini Vader. Großer Vader. Mini Vader. Das ist, wenn man... Ach. Das ist, weil der größer als Kel ist. Deswegen. Warte mal. An die impreale Besatzung. Hat hier jemand ein schwarzes Shirt gesehen? Irgendwo? So, mit ihm wollen wir natürlich auch mit dem Einzelklingelichtschwert rein. Alter. Das ist so cool. Das ist so cool. Yo, Vader so agil zu sehen ist auch ein bisschen weird. Warte, wie ging das nochmal? Hier? An meiner Seite. Äh, was? Du wachstest mich zu boxen? Oh, das ist cool. Das sieht ein bisschen weird aus, wenn er so läuft. Padme, Padme, wo bist du? Ich brauche dich, Padme. Ich werde dich retten. Habt ihr Padme gesehen? Diesmal ist ich meine Frau. Okay. Letzter Charakter, den wir heute noch haben, ist nicht Darth Vader, sondern Darth Maul. Reultlich kleiner. Aber dafür auch mit dem super coolen Doppelklingelichtschwert, ne? Ähm. Ne, halt, das ist was falsch. Warte mal, können wir bei ihm auch den Quatsch machen? Also das ist schon das Beste, Alter. Das ist ja so dumm, Mann. Der Casual Maul. Meine Wäsche ist eingegangen. Bring ihn mir. Bringt mir Kenobi. Und bringt mir ein schwarzes Shirt. Sag, komm doch mal richtig. Dann jetzt einfach richtig schön hier reinzuladen. Ja, Mann, den Move, den will ich sehen. Na, komm mal her. Geil. Auch Droiden können Darth Maul nichts anhaben. Yeah. Spürt die Macht des Darth Mauls. Ist das cool, ey. Das macht irgendwie gleich nochmal mehr Feeling. Alter, Werner, diese ganze Kombo durchzieht sowieso. Ist das der Hammer. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir uns erstmal so ein paar Mods angeschaut. Jetzt ist natürlich noch die große Frage. Wer war heute der Coolste? Ich weiß gar nicht genau. Ich fand eigentlich wirklich viele cool. Mando war cool. Aber ich glaube, sogar Grievous hat mir am meisten gefallen. Der sah optisch einfach am besten aus. Ich kann mich aber auch wirklich nicht entscheiden. Ich weiß es nicht. Es gab sehr coole Mods auf jeden Fall. Ihr könnt natürlich gerne mal schreiben, welche Modifikation ihr denn jetzt am besten fandet. Und ich werde natürlich weiterhin auch alle Modifikationen zeigen, die es so irgendwo bei Star Wars Jedi Survivor gibt. Ich habe Bock da drauf. Ich hoffe natürlich, es kommen noch weitere richtig, richtig coole Sachen da rein. Und von daher, das war es wieder mal mit einem kleinen Video zu Star Wars Jedi Survivor. Wenn ihr weitere Star Wars Jedi Survivor Videos sehen wollt, dann checkt einfach die Playlist an. Die wird gleich in der Endcard angezeigt. Und von daher, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.